Ist das schön. Eine richtig angenehme Ruhe und es riecht auch nach diesem schon trocken gewordenen Getreide. Ein paar Wölkchen im Himmel. Herrlich. Ja, so lohnt es sich dann halt. Ich bin jetzt gar nicht so weit von zuhause entfernt, aber einfach mal raus und nicht zuhause rumsitzen. Ja gut, YouTube gucken oder YouTube machen. Aber echt schön. Mein Name. Ich habe auch jetzt diesen Stuhl dabei. Ein bisschen weiter an der anderen Strecke packe ich den mal raus. Hier werde ich auf alle Fälle eine kleine Pause einlegen. Bei mir kommt es nicht darauf an Strecke zu fahren, sondern die Gegend zu erfahren. Einfach zu sehen, wie ist das. Hier hat sie jetzt richtig ein bisschen mehr Wind. Krähen sind irgendwo in der Luft. Und sowas ist dann einfach halt immer wieder schön zu erleben halt. Krähen. 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 Klasse. Ja, und hier wieder mit unserem Fahrradche Begeisterung. Das gibt kein Ende bei mir.